Oh, warum leuchtet der Stein so? Was geht ab Leute? Heute ist soweit, wir reagieren auf das beste Video, was du vom Schlafen gegen angucken musst. Es ist auf jeden Fall heute wieder mega, mega herftig Leute, wie auf dem Samstag, ganz oldschool Leute, wie wir es immer gemacht haben. Lasst uns einfach gerne ein Like und Abo da und ich würde sagen, gehen wir rein. Ja, das sind also die Reste vom Halloween, Freunde, mit den Kürbissen. Alter, die sind ja gar nicht, die waren ja hohl, also die wurden ja so ausgehöhlt. Und, oh, guckt euch mal, ach, das ist der Schrei, lol, aber in so Regenbogen-Schatulle, alter Schwede, Freunde. Oh, ey, wow, okay, Mr. Skateboard-Typ, okay, ich sehe auf jeden Fall, dass du Skill drauf hast und, nein, nicht der zweite Hund jetzt, oder? Na, na, ja, alles klar, ihr süßen Hunde, so, was ist das jetzt hier? Äh, äh, was? Hä? Und reindippen? Und jetzt? Und, äh, äh, lol, lol. Ach, das Ding wird komplett sauber gemacht, ach so, oha, alter, wie angenehm sieht das denn bitte schon aus. Es ist quasi der ganze Eimer weiß, aber das Ding ist, ja, mehr oder weniger sauber, ich weiß jetzt nicht, was es gebracht haben soll. So, hier, Formel-1-Auto, mal gucken, es wird auf jeden Fall schnell vorbei. Oh, 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 okay, sowas finde ich nicht, oh, da kriege ich, ich kriege da richtig Gänsehaut, Freunde, also sowas finde ich nicht angenehm. Sowas ist einfach, oh, bist du fertig? Ja, ist fertig, äh, ist fertig, alter, hab ich Gänsehaut bekommen, es ist so, als würde man mit einer Gabel oder so einfach über den Teller rüber gehen. Und, oh, ein Glastischschneider, guck mal, jetzt hier, pup, 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 alter Schwede. Das Glas wird auf jeden Fall danach halt, ich weiß nicht, ob das wiederverwertet wird, ne? Muss ja irgendwie wiederverwertet werden. Yo, vollgestopft mit, alter, vollgestopft mit Geldbeutel, äh, mit, äh, nicht mit Geldbeutel, mit Geldbatzen. Yo, und ist das große auch nochmal voll? Alter, reich, Leute, wir sind reich, alter, okay, 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 alle vollgestopft, ich sehe auf jeden Fall, was die vorhatten. Was ist denn das jetzt hier für ein, ähm, ooooh, okay, 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 ich sehe auf jeden Fall, was er da macht. Ich sehe es auf jeden Fall, Leute, läuft auf jeden Fall, äh. Oh, hier ein bisschen Schlittschuh fahren. Auf dem See ist der Rittschneider, oha, 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 oh, da ist ein großer Bär. Oh, los, los, los. Okay, ähm, das sieht auf jeden Fall nach einem heftigen, gefrorenen See aus, kann man so sagen. Oh, hä, hä, ist das ein, hä, hä, warum leuchtet der Stein so, warum leuchtet der, warum leuchten die Steine, hä, wegen der Taschenlampe oder was? Hä? Ähm, was sind das für Steine, Freunde, alter, kühlt doch mal bitte schon die Steine an. Auf jeden Fall schon mal richtig heftig wird, ne? Oh, auch das Wasser im Hintergrund, das ist so angenehm. Was ist das jetzt hier, so eine kleine, ne? Okay, 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 und jetzt kommt das hier erstmal ins Wasser. Oh, ey, es wächst! Yo! Äh, 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 lol. Okay, das ist ein, ach, das ist ein Verband. Ach, lol, das ist ein Verband, was? Okay. Äh, äh, was? Geht bitte bei der Robbe ab, Leute. Wie kann eine Robbe so darüber sliden? So smooth. Oh, wie kann der Typ so smooth sliden? Hä? Äh, aua, Knöchel, äh, Gelenke, das ist bei den Gelenken los, Freunde, ne? Ey, wie smooth da unterwegs ist, ne? Der ist echt so smooth unterwegs. Oh, richtiger Michael Jack... Oh! Richtiger Michael Jackson, Alter. Okay, oh, oh, okay. Äh, let's beat it. Aha, aha, aha. Er ist auf jeden Fall heftig unterwegs, Freunde. Oh, was kommt jetzt hier rein? Ah, hier wird Eiswasser gemacht. Hä? Das ist quasi so kalt, dass jetzt Eiswasser drin gemacht wird. Und dann ist das ganze Ding nicht einfach mit Eis voll. Hä? Wie krass ist das, bitteschön? Und, 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 und. Oh, oh! Hä? Ey, wie schnell macht der bitte schon diese Rohre nach hinten? Bop, 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 ein Rohr nach dem anderen, ne? Also das ist auf jeden Fall der schnellste Arbeiter Den ich bis jetzt glaube ich gesehen habe Also guck mal wie viele Rohre das einfach sind Und dabei hat der Locker noch Spaß gehabt Und war vielleicht auch ein bisschen anstrengend Voll die optische Illusion, Freunde Jo Da sieht auf jeden Fall crazy aus Äh, Alter, wie sieht das jetzt noch drehen Und da auch noch drehen Ähm Alles klar Oh, ui, 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 ui Hä? Ach, das ist gerade alles glaube ich heiß geworden oder so Wild, oh hier Mozzarella oder was Ui, Freunde Ne, das ist glaube ich einfach so ein Käse Oh, aber Mozzarella ist ja auch Käse Oh Okay, okay, und jetzt Oh, wie perfekt, oh Wie perfekt, oh, wie, oh mein Gott Oh mein Gott, Alter Wie alles, oh mein Gott, was Leute, da wo, Alter Perfekt, es geht überall perfekt rein Hier auch der USB-Stick Er hat den USB-Stick Direkt reinbekommen Was? Und Äh Hö? Nein Das Papier ist geknödelt Und man soll so denken Das ist ja einfach so ein So ein Riesenberg oder so, ne Läuft auf jeden Fall Hier auch Guck mal hier, wie das da Perfekt verteilt wird und so, ne Alter Schwede Hier, Bob Alles perfekt ran Ey, so musst du es auf jeden Fall Alter Schwede, Mann Das ist auf jeden Fall echt nice, ne Das ist auf jeden Fall echt nice So, jetzt hier Das haben wir jetzt hier am Schnitzel Und zwar einmal So eine kleine Klammer oder so Und Ah, die wird jetzt hier rumgemacht Okay Und Reinbohren Komm Bohr rein Hallo, kleines Mädchen Oh, warum weint das denn? Ach, das ist eine Ah Ich sehe jetzt erst den Bleiische, Freunde Dass es gemalt wurde Ich habe gerade voll einfach auf den Mund und so geguckt Oh, wow Warte mal, wird so ein Grill erstellt? Oder was soll das jetzt sein? Ich glaube, so könnte auch ein Grill erstellt werden Alter Auch hier, guck mal, wie der Zementsack Uh Und Zack Zementsack Bop Ich sag's euch, ne Maschinen werden in Zukunft auch so viele Arbeitsplätze ersetzen Ob man es mag oder nicht Es wird passieren Und auch hier Schön Zack Damit alles gedämmt ist und so Oh, perfekt Alles da reinmachen Alter Die Dämmwolle, glaube ich, ne Soll das, glaube ich, sein Oder ist es so ein Dämm Spray? Keine Ahnung Und hier, komm Oh Hä Wird es da weggesaugt? Oder Warte mal, wird es da Ist das ein Staubsauger, Freunde? Oder was ist das für ein Ding? Oder ist es einfach nur weggezogen? Ey Ey Tja Du wirst Du wirst niemals wasserbekommen Und du schaffst das nicht Du wirst zu langsam Du musst Reflexe haben Wie eine Katze Der Hund ist leider zu langsamer Start Und Alter Okay, okay, okay Und hier Was ist jetzt das hier? Achso, der macht quasi Holzsymbole irgendwie nach Oder so, ne? Ah, entspannt So, hier Zack Einfach so schwarzer Gelee Hä? Schwarzer Wackelpudding Oder was soll das sein? Sieht echt aus, die schwarze Wackelpudding Und hier Uh, guck mal Ach, da wird alles Glaube ich zusammengetackert Oder so, ne? Oder? Ich glaube schon, ne? Uh, guck mal hier Ja Ey, das ist ja mega, mega cool Sieht einfach aus wie so ein riesen Ähm Ja, so ein riesen Snack Radiergummi Keine Ahnung Süßigkeiten Irgendwie sowas Und das hier Das ist ein Omelette oder was? Ich glaube schon Vielleicht aber auch nicht Hm Oh, 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 okay Oh, vorsichtig Okay, okay, okay Und Drehen, drehen, drehen Und ja Oh Oh Wow Alter Alter, was ist denn das Bitteschön für ein Sand, Freunde Oh, okay Ne, der ist zu heftig Ich muss sagen Oh mein Gott Die sind Die sind echt zu heftig, ne? Die sind echt Und Zack Den Schnee wegschieben Oh 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 Was Oh, ich glaube sowas habe ich schon mal gesehen Wie einfach so eine Schwimmnudel Einfach komplett In so Scheiben So anderen Scheiben schneidet Auch wie viele er hier auch einfach wegtrennt Na hier Zack Alles Die ganzen Scheiben Denn Oh, was jetzt? Wenn die jetzt nochmal Oh Jetzt schneid ich nochmal in der Mitte durch Oh mein Gott Oh, Leute Oh, jojojojojojoj Okay Das ist auf jeden Fall echt alles täftig Ich muss sagen Das war auf jeden Fall heute wieder Mega, mega entspannt Ich hoffe ihr konntet jetzt heftig entspannt einschlafen Oder Auf jeden Fall seid ein bisschen berühter geworden Lass euch einfach gerne ein Like Und ein Abo da Wenn ihr vermerken wollt Und schreibt mir ein bisschen draufklicken Und auf jeden Fall den Kanal Für tische Reaktionen mehr Ciao, ciao